Ja, es ist heute ein Freudentag. Ein Freudentag nach intensiven und langen Verhandlungen, nach langen Verhandlungen zwischen den Bundesländern der Ostregion und der Bundesregierung, dem Ministerium, nach langen Verhandlungen zwischen den verschiedensten Parteien, ÖVP, SPÖ und Grüne, lange Verhandlungen, wo es um das ÖVP-Ticket, um die Preise und vor allem auch darum gegangen ist, dass alle Stufen auf einmal eingeführt werden. Und heute können wir sagen, ja, wir sind angelangt, es ist die erste Etappe haben wir erreicht und das ist auch gut so. Und deswegen ist es auch schön, dass wir heute die größte Tarifreform der Ostregion auch präsentieren können und das seit vielen Jahrzehnten. Ab Ende Oktober, ab 25. und 26. Oktober können alle niederösterreichischen Landsleute das neue Regionalticket oder auch das Metropolregionalticket für Niederösterreich, Wien und Burgenland kaufen und nutzen und fahren somit so billig wie noch nie zuvor von A nach B. Selbstverständlich auch mit Ende Oktober, mit 26. Oktober für ganz Österreich, das Klimaticket des Bundes. Und ich bin stolz, stolz deswegen, weil Niederösterreich, Wien und Burgenland damit die erste Region und damit auch die einzige Region ist, wo es alle Stufen auf einmal gibt. Und das war eine ganz klare Forderung der Ostregion, Einführung aller Stufen. Und ich kann mich noch sehr gut erinnern, Frau Bundesministerin, als wir das erste Gespräch hatten, das war unsere Bedingung der Ostregion und diese Bedingung wurde erfüllt nach langen intensiven Verhandlungen und umso größer ist heute die Freude. Und ich halte das als sehr schönes Signal an unsere Pendlerinnen und Pendler von hier aus, aus dem Palais Niederösterreich. Und es ist vor allem auch eine ganz große Chance, dass wieder mehr Pendlerinnen und Pendler umsteigen auf den öffentlichen Verkehr zu einem sehr, sehr günstigen Preis. In Zukunft wird es also möglich sein, in ganz Niederösterreich und in Burgenland um 550 Euro unterwegs zu sein, in Niederösterreich, Burgenland und Wien um 915 Euro und in ganz Österreich um 1095 Euro. Für die Pendlerinnen und Pendler nach Wien bringt das eine Preisreduktion bis zu 61 Prozent bei der Jahreskarte. Ich darf Ihnen noch einige Beispiele bringen, damit man die Relation sieht, wie viel sich die Menschen, wie viel sich die Pendlerinnen und Pendler sparen. Die Strecke Gmünd bis Wien wird etwa um 1417 Euro billiger sein. Aus Retz geht es um 894 Euro billiger nach Wien. 801 Euro weniger zahlen die Pendler aus St. Pölten nach Wien. Und auch aus dem Süden, etwa aus Wiener Neustadt, wird Pendeln nach Wien billiger werden. In diesem Fall um 633 Euro. Das sind Zahlen, das sind Dimensionen, wo den Menschen einfach mehr in der Geldbörse bleibt. Das sind Zahlen, die vor allem auch motivieren, verstärkt auf den öffentlichen Verkehr umzusteigen. Aber nicht nur das, auch das Pendeln innerhalb Niederösterreichs wird deutlich günstiger. Und das war mir persönlich auch wichtig, für jenen Angebot zu schnüren, die eben ausschließlich in Niederösterreich beziehungsweise auch Burgenland unterwegs sind. Ich darf Ihnen hier auch einige Beispiele nennen. Von Amstetten nach St. Pölten verbilligt sich das Ticket um 894 Euro. Von Zwettl nach Krems spart man sich 878 Euro. 435 Euro weniger kostet zukünftig die Strecke Baden bis Wiener Neustadt. Und die gleiche Ersparnis sehen wir zwischen Krems und St. Pölten oder auch zwischen Retz und Hollerbrunn. Selbstverständlich wird es darüber hinaus auch Vergünstigungen geben. Vergünstigungen geben für unsere Studierenden, für unsere behinderten Menschen, vor allem aber auch für unsere Seniorinnen und Senioren. Hier kommt noch einmal eine Vergünstigung hinzu bis zu 25 Prozent. Eine wichtige Botschaft möchte ich auch senden, vor allem an jene, die jetzt schon ein Jahresticket, eine Jahreskarte besitzen. Warum? Meine wichtige Botschaft, weil sich für die kein zusätzlicher Handlungsbedarf ergibt, denn sie bekommen hier automatisch eine Gutschrift und erhalten hier auch noch von vor eine Information. Und eine wichtige Information gibt es noch für die Pendlerinnen und Pendler rund um Wien nach Wien hinein. Dort, wo wir heute schon günstiger unterwegs sind, bleiben vor allem die Streckentarife bestehen. Denn für keinen soll es einen Nachteil geben. Das heißt, jene, die Streckenkarten besitzen, die heute schon günstiger sind, bleibt dieser Tarif erhalten. Das bedeutet, dass Pendlerinnen und Pendler aus Wiener Neudorf oder Kornneuburg nach Wien ihr Jahresticket um derzeit 828 Euro behalten. Bei einer Aufzahlung von 87 Euro können sie unterwegs sein in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, in den Verhandlungen ist es auch gelungen, dass diese Verbesserungen möglich sind, vor allem ohne zusätzlicher Mittel seitens der Länder. Das war uns ganz wichtig, weil wir ohne dies auch sehr, sehr viel Geld für den öffentlichen Verkehr in die Hand nehmen. Und so sage ich danke, dass hier 50 Millionen seitens des Bundes in die Hand genommen werden für die Kompensation für das Land Niederösterreich als auch das Burgenland. Und das halte ich auch für fair, für fair deswegen, weil wir seitens des Bundeslandes Niederösterreich in den nächsten zehn Jahren auch zusätzlich 1,1 Milliarden Euro in die Hand nehmen für zusätzliche Zugverkehre. Auch ich möchte die Chance und die Gelegenheit nutzen, mich zu bedanken. Zu bedanken bei allen Verhandlern, bei den Landesräten von Niederösterreich, Wien und Burgenland, möchte mich bei der Frau Bundesminister und ihrem ganzen Team bedanken. Aber vor allem auch beim gesamten Team des Forts rund um das Team von Wolfgang Schroll. Hervorragende Arbeit, harte Bretter gebohrt, aber wir haben es geschafft. Uns in der Ostregion war es wichtig, dass die Finanzierung nachhaltigst garantiert ist. Uns war es wichtig, die Interessen der Pendlerinnen und Pendler in den Mittelpunkt zu stellen. Und uns war es vor allem auch wichtig, dass alle Stufen auf einmal eingeführt werden. Alle drei Bedingungen sind somit erfüllt. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, angesichts dieser Verhandlungen sieht man, wenn man an einem Strang zieht, über Ländergrenzen hinweg, über Parteigrenzen hinweg, dann kommt auch etwas Gutes raus. Dann kommt auch so etwas raus, dass man sagen kann, Land und Leute profitieren davon. Und die größten Profiteure sollen und müssen unsere Pendlerinnen und Pendler sein. Jetzt wird sich der eine oder andere gedacht haben, warum hat sie zu Beginn gesprochen von einem Etappenziel, das erreicht ist. Weil für uns klar ist, dass nicht nur billiger im Mittelpunkt stehen darf, sondern vor allem auch besser und bequemer. In unserer blau-gelben Mobilitätsstrategie haben wir alles im Auge. Billiger, bequemer und besser. Denn die Tickets allein helfen uns nicht, wenn das Angebot nicht stimmt, wenn die Qualität der Züge oder der Busse nicht stimmt. Und deswegen ist es auch wichtig, dass wir die 1,1 Milliarden in den nächsten zehn Jahren in die Hand nehmen, damit wir vor allem auch Taktverdichtungen als auch die Qualität der Züge und Busse auch vorantreiben können. Wir haben uns vorgenommen, bis zum Jahr 2030 das Öffi-Angebot um 30 Prozent zu erhöhen. Denn es nützt ein billiges Ticket nichts, wenn das Angebot nicht stimmt. Und umso wichtiger dieser Schritt, dass bis zum Jahr 2030 auch das Angebot um 30 Prozent erhöht wird. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, jetzt geht es darum, so wie die Frau Bundesminister gesagt hat, dieses Angebot auszurollen. Dieses Angebot auszurollen am 25., 26. Oktober, dann genau zu beobachten, wie wird dieses Angebot angenommen und wo braucht es vor allem auch Verbesserungen. Ich sage das deswegen, denn für uns ist auch klar, für neue Angebote braucht es auch eine passende Infrastruktur. Was meine ich damit? Das fängt bei der Schiene an, geht über das Zugmaterial, geht über unsere Straßen bis hin zu den Bussen und natürlich auch die E-Lad-Stationen für unsere Busse. Denn klar ist, dass natürlich öffentlicher Verkehr auch über Straße geht. In Niederösterreich geht öffentlicher Verkehr ganz viel über die Straße, denn 40 Prozent des öffentlichen Verkehrs geht bei uns in Niederösterreich auf der Straße. Das heißt, es ist sowohl Bus und Bahn wichtig, Bus und Bahn, was ja auch im Ticket inkludiert ist. In diesem Sinn darf ich noch einmal ein ganz großes und herzliches Danke sagen. Es ist dies heute wirklich ein ganz, ganz großer Schritt. Die Freude ist groß und es zeigt uns wieder, dass sich dieses intensive Verhandeln gelohnt hat und noch einmal allen Beteiligten, die hier sehr viel Kraft hineingesteckt haben, ein ganz großes und herzliches Danke. Es ist ein ganz großer Tag für alle Pendlerinnen und Pendler.